Das ist die Treffung. Benelie merkt, dass es unrealistisch ist, so fröhlich zu sein, wenn ihre Eltern gerade gestorben sind und dann irgendwie versucht, es zu retten. Ja, ich freue mich, dass es jetzt hier sein darf, aber eigentlich ist es ja ein Traum. Ja, wir waren schon zu beinert, Liz. Jugele, ich bin leid. Wenn Lotta die Kontrolle über den Besen verliert. Lotta, mach dir den Besen weg! Ich bin heute Morgen mit dem Bus reingekommen. Wenn ihr vorher nicht besprochen habt, wo Nede wohnt. Wo warst du? Weiß weg. Bochum. Ach, warum? Wie schön! Wenn eure Schauspielkünste Level 3000 erreicht haben. Habt ihr es gehört? Ja, was war das? Guck mal da! Oh mein Gott! Du sahst gut aus. Super! Wenn Clara erst surrealistisch den Besen herbeihäckst und dann surrealistisch hinfällt. Wenn Nede die Hunde filmen will und Clara denkt, sie wäre auf dem Laufsteg. Hallo, Fettie! Hallo, Fettie! Hallo, Fettie! Hallo, Fettie! Hallo! Da ist der Fettie und da ist der Watt! Wenn sich eure Pferde oft in die Bücher stellen. Wir stellen sich erst oft in die Bücher und so und gehen. Wenn Nele den lustigsten Witz des Jahrhunderts reißt. Es ist nicht lustig, aber funny. Wenn Clara denkt, dass Nele ihr die Hand gibt. Wo kamst ihr beiden denn hier? Wir standen die ganze Zeit hinter der Mauer und haben dich beobachtet. Warum zur Hölle hüpfst du mit deinem Wesen durch den Garten? Ich wollte, weil ich einmal gut geschaut bin, dass einer muss nicht lachen. Ich bin Clara und Lutter leicht vom Text abweichen. Wer bist du? Ich heiße Chris und wer bist du? Mein Name ist Liz, ich bin vom Gestüt Rosenhof. Achso, da war ich auch mal. Ja, aber ist schon mal nicht. Ja, so lange kann es ja nicht hinterher sein, ne? Du bist ja gerade mal 15. Naja. Das ist ein Elfermütiger. Wie alt sind sie denn? 16 oder was? Ne, ich bin jetzt 65. Ah, okay, verraten kann ich mich schnell, weil du dicker. Ja, aber ich bin echt 65, weil ich bin ein unsterblicher Geist. Ah, bist du aus den Legenden? Du hast es erfasst. Ah, okay, und wurdest du von der Kräuterhexe verhext? Ja, von deiner scheiß Oma, Digger. Digger, lass meine Oma da raus! Wenn Clara ihre Englisch-Skills auspackt. Look at my hair, it doesn't look so... ...hinde, dude. Wenn Nele fast von Klaras Besen erstochen wird. Warum klappt ich so hin? Wenn Lotta Mitleid mit einem Baum hat. Ah, ja. Jetzt geht's ernst. Oh, Clara, der arme Baum, Alter. Wie viel Baum? Der? Der muss uns filmen, ne? Ey. Hallo! Hallo! Wenn Lotta ihren Namen vergisst. Wer bist du? Ich heiße Twist und wer bist du? Ähm, ich bin... Mein Name ist... Ähm, wie gesagt... Ah, nee... Liz. Ah, Liz. Ich hab ja gar kein Ding mehr. Ich hör den Knack, reit einfach weiter. Du kannst sehen. Ja, ja. Einfach wenn der Film losgeht. Wenn Klara aus Versehen den Berg runter rennt und Lotta denkt, das gehört dazu. Und sie dann an einer Wurzel hängen bleibt. Hilf mir mal! Was ist denn? Immer so eine Wurzel hat sich eingeklemmt. Auf! Wenn Nele sich nicht sicher ist, ob ihre Kamera filmt. Ich erzähl euch was gesagt. Ich will dir doch nichts tun. Wenn Nele auf der Mauer stecken bleibt und es Klara einfach überhaupt nicht interessiert. Hilfe! Oh, Liz, ich hab dir doch gesagt, ich schreibe auf diese Kante an der Mauer. Hilfe! Hilfe! Ich sterbe! Ich sterbe! Mach den Fuß hoch, den Fuß hoch. Ich sterbe! Nein! Liz, mach den Tipp, den ich weiß, was ich nicht drauf. Da ist eine Stufe. Ähm! Stufe! Geh! Mach den Fuß denn runter. Nein, bleib ein bisschen hoch. Bisschen hoch noch. Ja, fast noch ein bisschen. Ne, mach den. Au! Ich sterbe!